Werden sich Silvana Wollny und Florian Köster bald das Jahr Wort geben? Und wie sieht es mit einem weiteren Baby aus? Das hat sie in Touch Online im Interview verraten. 13 Jahre ist Silvana Wollny, 32, schon mit ihrem Florian Köster, 40, zusammen. Die beiden sind stolze Eltern von ihren beiden Töchtern Selina, 10, und Anastasia, 4. 2021 machte er ihr nach zehn Jahren Beziehung endlich einen Antrag. Ich kann es immer noch nicht glauben, aber du hast mich schon wieder zum glücklichsten Mädchen auf der ganzen Welt gemacht. Dieses Gefühl, als du vor mir auf die Knie gegangen bist, ist einfach unbeschreiblich, freute sie sich damals. Doch die Trauung fand bisher noch nicht statt. Im Interview mit InTouch Online spricht Silvana über ihre anstehende Hochzeit und weiteren Nachwuchs. Silvana Wollny will sich keinen Hochzeitsstress machen, ein Datum haben Silvana und Flo noch nicht festgelegt. Eine Hochzeit bedarf viel Planung und bringt einiges an Aufwand mit sich, erklärt sie uns. Mit zwei Kindern muss man erstmal Zeit und Muße für so etwas finden. Wir haben da keinen Zeitdruck. Auch ein weiteres Baby kommt für sie momentan nicht in Frage. Aktuell sind wir einfach nur happy mit unseren zwei süßen. Silvana Wollny Momentan hat Familie Wollny eh einiges um die Ohren. Im Staffelfinale von die Wollnys, eine schrecklich große Familie, steht die Vierfachtaufe von Hope, Hailey, Linus und Aurelio kurz bevor. Es herrscht Chaos in Rathheim. Und dann kracht es auch noch zwischen Silvanas Schwester Lavinia, 24, und ihrem Verlobten Tim, 26. Werden sich die beiden vor der Feier wieder vertragen, und funktioniert alles wie geplant, das erfahrt ihr nächsten Mittwoch ab 20.15 Uhr bei RTL 2. Bye. Bis zum nächsten Mal.